Getreu dem Unternehmensspruch mehr als gewohnt, hatten die Lebensräume etwas Spezielles im Angebot. Mit nur einem Schnappschuss und etwas Glück gab es verschiedene Preise zu gewinnen. Die Auslosung folgt jetzt bei uns. Ja, da wir traditionell auf unserem Sommerfest mit gutem Wetter rechnen, haben wir aufgerufen, alle Besucher sollten dieses Remi-Demmi-Sonnencap tragen. Und wer sich damit bei uns am Stand gemeldet hat, hat einen Ace-Coo-Chain bekommen. Das waren sehr viele. Vielen, vielen Dank dafür. Und wer noch mutiger war und sein Foto gepostet hat auf Facebook oder auf Instagram, der ist jetzt in diesen Topf gelandet. Und wir möchten einfach mal die Gewinner nun ziehen. Und ich bitte unseren Johannes, einfach mal den Platz 10 rauszuziehen. Jawohl. Der Gewinner eines Lebensräume-Fanpaketes ist Madeleine Höhne. Ein Lebensräume-Fanpaket geht an Ingrid Hase. Ein weiteres an Gabriela Linke. Ein Fanpaket für Heike Hase. Es ist spannend. Mal sehen. Christa Schäfer, herzlichen Glückwunsch zum Fanpaket. Melanie Kloth, ein Fanpaket. Ist das auch noch ein Fanpaket? Das ist auch noch ein Fanpaket. Ein Fanpaket an Katrin Wagner. Platz 3 ist ein Gutschein für die Filmmächte an der Krabatmühle. Herzlichen Glückwunsch, Susann Sümmchen. Jetzt kommen wir zu Platz 2. Das ist ein Verzehrgutschein für unsere Sommerlounge am Fließhof. Und den gewinnt... Na, wem darf ich gratulieren? Ich darf gratulieren. Der Mann ja klimmt. Herzlichen Glückwunsch. Und Platz 1 ein Friseurgutschein für einen stadtbekannten Haarschneider. Der geht an. Wir schauen mal, wir schauen mal, wir schauen mal. Oh, Susann Steinke. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Dank für alle, die mitgemacht haben. Es haben uns sehr schöne Bilder erreicht. Das war eine Freude. Ja, wir freuen uns auf die nächste Lebensräumeveranstaltung, ebenfalls im Familienpark. Am 24.8. darf ich Sie jetzt schon herzlich einladen zu unserer Mitsingenacht. Ja, wir freuen uns, dass wir auch dieses Mal wieder etwas Neues für Sie bereithalten dürfen. Und zwar werden wir dann die Premiere des neuen Heuwei-Songs 02977H erleben und würden uns sehr freuen, wenn auch Sie dabei sind.